. . . . . . Für mich war der Entscheide relativ schnell getroffen, dass ich hier in die Berge komme. Ich fahre sehr gerne Skifahren, bin viel auf dem Bike unterwegs, wandern und kann die Natur und die Berge enorm gut geniessen. . 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 Mit den hohen Laufkosten zu bestehen ist es klar, dass wir mit absoluter Top-Qualität punkten müssen. Jedes Teil, das hier im Verkauf rausgeht, ist 100% geprüft und entsprechend, wenn es die Dichtheit bestand hat, wird erst der QR-Code und der Kleber montiert. Als absolutes Highlight haben wir in den letzten Jahren den Kugelhahn 546 Pro neu auf den Markt gebracht und das Butterfly Valve 565, wo wir den Metallmarkt richtig angreifen und durchstarten wollen. Wir sind am Standort rund 160 Mitarbeiter. Ich muss jeden Tag Material malen, rote Teile, grüne Teile, gelbe Teile, also die ganze Farbpalette, das muss teilweise mit Hand gemischt werden, aber auch maschinell. Und dann wird Material wiederverwertet, das wird auch geschrotet. Am Ende kommt ein schönes Kunststoffteil raus. In der Spritzkussformen geht es um die Tausendstel, die genau sein muss. Und wenn irgendwo ein kleines Hickchen drin ist oder irgendwo ein Kratz, schlussendlich sieht man das im Spritzteil. Und für das sind wir hier und wir müssen das Ganze genau anschauen. Wir haben mittlerweile über 500 Spritzkussformen. Also kann man sich vorstellen, wie genau das man sein muss und was alles dahinter steckt. Ich habe nicht die Aufgabe, um mit der Schublecher irgendwo ein Mass festzustellen oder so, sondern bei mir geht es mehr um den Prozess. Musik Dort kann ich einfach so viel einwirken, dass ich effektiv probiere, die idealen Parameter zu verwischen. So, dass man, wenn man das Werkzeug wieder aufspannt und den Artikel wieder laufen lässt, man mit den gleichen Parametern den gleichen Artikel herkriegt. Meine Aufgabe ist alles, was mit Automation zu tun hat. Also es heisst, Roboter zu programmieren, SPS, alle Produkte zu automatisieren, so dass man es nicht mehr von Hand zusammenbauen muss, sondern möglichst automatisch. Das ist jetzt ein gutes Beispiel der Parakudenhebel. Hier geht es zuerst in die Planung hinein, in die Konstruktion. Dort sind wir dabei. Nachher geht es aber auf die Maschine. Ja, einrichten und nachkommen eigentlich mehr zum Zug, was die Automation am Schluss macht. Wir haben eigentlich alle eine gute Zusammenarbeit. Ich bin Anlaufkontrolleur. Ich mache dort Anläufe für die Spritzgussmaschine. Die kommen alle zu mir hinein, wenn sie fertig eingerichtet sind. Und so prüfe ich sie. Sehr optisch. Dann mit der neuen Messmaschine da hinten. Und Bindenote, Formtrainungen. Wenn das alles gemacht ist, gebe ich dem Einrichter ein Feedback. Bestes ein Positives. Und dann ist es eigentlich für ihn oder für mich auch erledigt, wenn es alles grüne Mass hat. Die Maschine prüft die neue Abspülklappe. Auf 100% Dichtigkeit. Das heisst sie hat zwei Werkzeugträger, wo jeweils eine Abspülklappe drauf kommt. Und dann so in die Prüferlage hineinfährt. Dann wird sie auf 100% Dichtigkeit geprüft. Die Fahrt hinten wieder raus. Auch aus den Werkzeugträger bis raus. Und dann wird sie etikettiert. Die Schlusskontrolle. Dann ist es soweit montiert. Ich mache 30 bis 40 Aufträge. Verschiedene. Rechnet man Kugelhahn an mit Überwurf, mit Klebmuffer. Dann Zwischenelemente dazu, Adapter und alles. Ich weiss nicht. Das kann sie bis 20, 17, 20 teilen. Standard ist eine elektrische oder pneumatische mit Kugelhahn. Nicht mehr dazu. Das ist ein Standard und einfach. In letzter Zeit sind mehrere neue Produkte. Und wirklich ist unterschiedlich. Ich habe gar nicht gezählt, aber die Liste ist sehr lang. Die Liste ist sehr lang. Meine Aufgabe ist einfach, dass ich hier in meinem Bereich, vor allem in der Verpackung, für die Leute schauen, die Arbeit bestellen, Prioritäten setzen. Ich fühle mich sehr wohl. Das ist genau mein Arbeitstempo, das ich einsetzen kann und mich voll integrieren kann. Wenn ich ins Werk komme und ich sehe, mit welchem Engagement und welcher Fokussierung und Priorisierung die Mitarbeiter an den Produkten arbeiten und Projekte und Verbesserungen vorantreiben, fasziniert mich das enorm. Es ist hier ein Drive, der es einesgleichen sucht, sage ich mal. Und entsprechend können wir nur dank dem hochtechnischen Produkte herstellen. Ciao! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020